Mein Name ist Werner Böhm, ich arbeite hier bei der Firma Roman Meier als Niederlassungsleiter. Wir sind hier in Nürnberg in unserem Logistikzentrum und haben hier die komplette Fulfillment-Logistik für unsere Kunden, die wir hier bearbeiten. Wir haben uns Gedanken über fahrerlose Transportsysteme gemacht und aufgrund der langen Zusammenarbeit mit der Firma SafeLog sind wir da ins Gespräch gekommen. Das konkrete Anforderungsprofil war zum einen kontinuierlicher Abtransport der Ware ohne Standzeiten, damit wir just in time unsere Ware auch in die Verladung bekommen. Ein ergonomischer Arbeitsplatz für unsere Mitarbeiter, weil wir doch sehr viele Kartons hier heben und tragen müssen. Das waren die zwei Hauptthemen, die wir eigentlich hatten. Wir haben hier, um die Ergonomie zu verbessern, diese Kragarmregale entwickelt, damit die Paletten höher stehen und der Kommissionär eine angenehme Arbeitshöhe hat. Wir haben hier zwei HVSA-Geräte im Einsatz, die jetzt die Ware von dem Sotter zu dem automatischen Wickler bringen. Das ist eine vollautarke Lösung, ohne Schnittstelle an unser LFS angebunden. Das heißt, der Mitarbeiter, wenn die Palette fertig gepackt ist, drückt er einfach auf ein Knopfchen, holt mich ab und bringt mich zum Wickler. Das ist eigentlich alles. Eine besondere Anforderung war, dass es diesen Palettenwickler schon gab. Da war quasi die Übergabehöhe schon vordefiniert. Diese Höhe mussten wir einhalten. Dazu haben wir extra eine Übergabestation konstruiert, einen sogenannten Gabelförderer, auf den das LGV die Palette abgibt. Und mit diesem Gabelförderer fördern wir dann die fertige Palette zu dem Palettenwickler. Wir hatten vorher mit Staplern gearbeitet. Dementsprechend sind natürlich Schäden passiert. Die haben wir mit den LGVs zu 100 Prozent ausgeschlossen. Wir brauchen keinen zentralen Leitstand. Unser System ist agentenbasiert. Das heißt, die LGVs kommunizieren untereinander, tauschen sich ständig quasi aus, wie der Status ist, ob sie einen Vorauftrag haben oder nicht. Dadurch sind auch so kleine Projekte rentabel. SafeLoc zeichnet meiner Meinung nach aus, sie sind sehr innovativ, sie sind flexibel, sie sind immer erreichbar, wenn ich jemanden brauche. Und das ist eigentlich das, was den Ausschlag gegeben hat. Aufgrund der guten und langjährigen Zusammenarbeit mit SafeLoc kann ich das Unternehmen nur weiterentwickeln. Und ich werde auf jeden Fall mit dem Unternehmen weiter zusammenarbeiten. Vor allem, weil auch in den Gesprächen Ideen einfach kommen, über die ich gar nicht selber nachdenke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.